Sie hören den Artikel Mausefalle aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 2. Oktober 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Mit dem Begriff Mausefalle wird ein Mechanismus zum Fangen von Mäusen bezeichnet. Typen von Fallen Lebendfallen Viele Formen von Lebendfallen bestehen aus einem Käfig und einem Federmechanismus, der bei Berührung der Köderbefestigung die Eingangsöffnung schlagartig verschließt. Der Auslöser kann mechanisch oder elektronisch sein. Es gibt aber auch Fallen, die es der Maus nur ermöglichen, den Eingang in eine Richtung zu passieren. Lebendfallen werden in Sohandlungen oder im Spezialversand angeboten. Effizient sind auch Lebendfallen, in der die Maus eine Plastikröhre betritt und durch ihr Körpergewicht den Schwerpunkt der Falle vom Eingang weg verschiebt. Dadurch wird die Falle ausgelöst. Der Ein- und Ausgang wird durch eine zuvor als Deckel offenstehende Klappe verschlossen. Durch die Röhrenform scheint diese Fallenart für Mäuse besonders attraktiv zu sein. Auch können Mäuse in Reusenfallen, in Klammern auch Massenfallen genannt, gefangen werden, bei denen der trichterförmige Eingang aus Drähten leicht zu passieren ist, der Rückweg von innen her bedingt durch die spitzen Drahtenden jedoch schwieriger ist. Hier wird die Maus nicht durch Gewalt zurückgehalten, sondern durch ihren eigenen Eindruck, der Ausweg sei zu eng. Die Reusenfalle ist in Form eines kleinen Körbchens gebräuchlich, das umgedreht auf der Öffnung liegt und ein oder zwei mit Drähtchen versehene Löcher aufweist. Die Passage durch ein solches Loch hinein erscheint der Maus einfach, da die Drähtchen nach innen gebogen sind und somit eine ihr bekannte Form bilden. Es wäre der Maus auch durchaus möglich, wieder hinaus zu gelangen, aber angesichts der nun verändert erscheinenden Form präferiert sie die Nageltätigkeit an den Maschen des Körbchens. Wenn eine Maus in eine solche Falle kommt, hat sie Gelegenheit, durch Versuch und Irrtum zu lernen und kann bei erfolgreicher Flucht später zurückkehren und erneut mit einem Köhler entkommen. Hat eine Maus die Falle offensichtlich erfolgreich wieder verlassen, schafft gegebenenfalls ein Zurechtbiegen der Drahtstäbe Abhilfe. Besser wären elastische Drähte, die beim Hineinkriechen nachgeben, ansonsten aber eine zu enge Öffnung darstellen. Neben industriell hergestellten Lebendfallen wird vielfach die traditionelle Walnussmausefalle benutzt. Der Boden besteht aus einer stabilen Platte. Darauf wird ein Einmachglas mit der Kante auf eine halbe Walnuss gestellt. Auch diese steht auf der Schalenkante mit dem Kern in Richtung des Glasinneren. Daher muss die Maus ins Glas, um ihn zu erreichen. Macht sie sich daran zu schaffen, kippen Nuss und Glas und das Tier ist gefangen. Mittels der Unterlage kann der Nager nun transportiert werden. Wenn die Falle zum Beispiel über Nacht unbeaufsichtigt bleibt, sorgt ein kleiner Gegenstand unter einem Teil der Glaskante, in Klammern wie ein Stück dicker Pappe, für Frischluftzufuhr. Tötungsfallen Schlagfallen Die klassische Mausefalle ist eine kleine, mechanisch arbeitende Apparatur. Normalerweise ist sie aus Holz gefertigt. Meist wird eine Konstruktion genutzt, mit der über ein Lockmittel die Maus zum Betreten der Tierfalle gebracht werden soll. Als Köder dienen oft Nüsse, Rosinen, Schokolade oder Mehl. Traditionell bzw. sprichwörtlich auch Speck oder Käse. Der Köder wird an einem kleinen Metallstift befestigt. Bei Kontakt mit dem befestigten Köder wird durch das Gewicht der Maus ein kleines Holzbrettchen herabgedrückt. Das löst eine vorher gespannte, starke Feder aus. Diese schlägt einen Metallbügel in die Nähe des Köders, um einer dort befindlichen Maus das Rückgrat zu brechen. Dies führt in den meisten Fällen zum sofortigen Tod, sofern die Maus vollständig getroffen wird. Der Schlag von Schlagfallen kann für Menschen oder Haustiere zumindest schmerzhaft sein, weshalb ihr Einsatz genau abgewogen werden sollte. Dies gilt besonders dann, wenn Babys oder kleine Kinder sich dort aufhalten und ihre Hände verletzen könnten. Für Wühlmäuse und Ratten existieren entsprechend größere Modelle der Schlagfalle. Chemische Mausefallen bestehen aus einer sehr klebrigen, kaugummi- oder leimartigen Paste, die aus einer Tube auf den Boden aufgebracht werden kann und einen für Mäuse verlockenden Duft verströmt. Die Mäuse kommen in Kontakt mit dieser Paste, werden durch die enorme Klebkraft festgehalten und verwickeln sich durch Befreiungsversuche zunehmend darin. Der Tod kann durch Erschöpfung oder Unterkühlung eintreten, da ihr verklebtes Fell an Wärmedämmfähigkeit verliert. Diese Fallen müssen laut Herstellerangaben mindestens stündlich kontrolliert und darin befindliche Tiere sofort getötet werden. Da der Tod bzw. die dabei entstehenden Verletzungen jedoch für das Tier qualvoll herbeigeführt werden, verstoßen in Deutschland der Vertrieb und die Anwendung grundsätzlich gegen das Tierschutzgesetz. Neben den weit verbreiteten, oft industriell gefertigten Fallenarten existieren auch unterschiedliche, regional verbreitete oder individuell entworfene Methoden zum Fangen von Mäusen. Kulturelle Bedeutung Mausefallen spielen in zahlreichen Zeichentrickfilmen wie Tom und Jerry eine wichtige Rolle, wobei neben den üblichen Konstruktionen auch allerhand abenteuerliche Konstruktionen zum Einsatz kommen. Ein berühmtes Krimi-Hörspiel von Agatha Christie mit dem Titel Die Mausefalle wird seit seiner Uraufführung von 1952 ununterbrochen tagtäglich als Theaterstück aufgeführt. In Anspielung auf sexuelle Themen ist Mausefalle ein beliebter Name für Kneipen und andere Vergnügungsstätten. Bei vielen Veranstaltungen mit umfallenden Dominosteinen sind Mausefallen als genetisches Element eingebaut. Sie hörten den Artikel Mausefalle gesprochen am 2. Oktober 2013 von Max Langkau mit dem Benutzernamen Mad Maxien. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org.wiki.mausefalle. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der cc-by-sa 3.0 unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.